Alter, sieht das beschissen aus. Es ist Donnerstag und gestern war Bergfest und ich habe mit dem Herr Panzer ihn drauf gemacht. Grüße gehen raus an Freibier for Future, Alter. Wurde auf jeden Fall genossen. Jetzt gibt es eine schöne Kaffeelatte mit Karamell zum Frühstück. Aber das ist nur der erste Teil des Frühstücks. Der Postbote hat mich geweckt und mir das hier gebracht. Also es gibt Sachen, die man im Leben nie genug haben kann. Das sind zum einen Deluxeboxen, das sind zum anderen Messer und das sind Tische. Aber das sind auch Stühle. Es gibt halt viele YouTuber und Content Creator, die stolz darauf sind, ganz viele Kooperationsanfragen abzulehnen und halt nur die annehmen, mit denen sie sich so wirklich identifizieren können. Aber ich bin sehr stolz darauf, einfach alles anzunehmen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und hier komplett zuzumüllen mit irgendwelchen Kram. Oh yeah. Was habe ich denn da Schönes da? Alter, erstmal die fette Grüße raus an Mainuri, der mir hier Königsberger Klopse und ähnliches vorbeigebracht hat, auch noch Leberwurst und das ist ein geiler Mensch. Auch eine Witz, dem Mann, dem gibt man einfach haufenweise Lebensmittel mit, dann bringt der der Schmalz zurück oder so Konfitüre. Junge, das ist ja, jeder soll da ein Mainuri in seinem Leben haben. Bacon. Na, jetzt kann man mal ein Baconfrühstück, das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, dann gibt es dann so ein Handkäse und ein bisschen Ferrisenf, das lässt sich doch leben, Alter. So muss ein verdammter Donnersack aussehen. Es ist, glaube ich, 14 Uhr, ich bin immer noch verkatert, bin gefühlt um sieben zu Hause angekommen, ich meine, das ist das verdammt gute Leben. Ach, verdammt, was soll denn das hier? Agatha! Agatha! Oh ja, Alter. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, wie das Vokabular sich in den letzten Jahren verändert hat. Vor sechs, sieben Jahren habe ich einfach immer nur Klarsachen oder Achti gesagt oder Bruder. Dann ging es so rum zu vielen Damen und je und was nie alles, Alter. Und jetzt ist es einfach nur noch, hmmm, äh, äh, oder keine Ahnung, das, ach, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Die Degenerierung schreitet unaufhaltsam voran, aber dafür gibt es feinstes Bacon. Dann bitte, äh, schickt mehr Abzweigdosen-Deckel. Alter, was wir gestern alles weggesoffen haben. Hier zwei Flaschen Schnaps, hier stand auch noch ein Haufen Zeug. Hier standen noch mindestens so sieben Dosen von der Goldkrone und... Ach, na Gott, hier fehlt jetzt nicht so viel zum Glück. Na, was war es denn dazu? Ich wollte mich nochmal kurz bei euch bedanken für die eine Million Aufrufe bei Ringer Arnos 2. Vielen, vielen Damen, Grüße gehen raus an den Schender und dann Mosch-Tag an dieser Stelle. Hmm, und jetzt wird dieser verdammte Stuhl aufgebaut. An dieser Stelle gehen Grüße raus an das Medenvieh. Es ist echt eine Sauerei, dass ich irgendein Möbelstück aufbaue ohne diesen Mann. Okay, der war sehr mager, sorry. Der Stuhl ist übrigens von M.Favor. Ich bin mal gespannt, wie lange es jetzt dauert. Und ich werde mich direkt zurückmelden, wenn er aufgebaut ist. So sieht der Stuhl fertig aufgebaut aus. Aber ich muss echt sagen, dass ich das ohne diese Kissen viel geiler finde. Also ich persönlich habe auf meinem Stuhl, den ich immer benutze, auch keine Kissen drauf. Ähm, wie seid ihr denn da drauf? Bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr einen ähnlichen Stuhl habt. Ich finde das so irgendwie am geilsten. So sieht er aus, ist, äh, ja, schön atmungsaktiv. Hier auch komplett durchlässig für den Sommer. Eine feine Sache, ein bisschen auf Racing, äh, Autostuhl angelehnt. Naja, kann man auf jeden Fall machen. Gemütlich ist er, knarrt ein bisschen, aber, naja, kauft mehr Stühle. Link in der Beschreibung und nochmal vielen Mustermann M.Favor für diesen Stuhl. Uiuiui. Der Stuhl hat somit auch den Härtetest bestanden. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Wie immer. Danke für den Stuhl. Zweit mittlerweile. Grüße gehen raus in Basti, wünschst du. Du warst zu spät und hast dich überhaupt nicht angemeldet. Heute ist ein guter Tag. Heute kommt das Medenvieh. Und Geld eingezahlt. Feind abgegeben. Geil. Jetzt nehme ich erstmal feinste Kleidung entgegen. Und zwar von Suchuk. Die haben mir was angeboten. Ich habe mir letztens so einen kleinen Aufruf gemacht, wo ich mir Medes nie mache. So nach der Motto, schickt mir Hoodies. Ja, ich werde mal zeigen. Oh ja, Meister. Das ist ja Wahnsinn. Haufenweißes Sticker. Limitiert. Das ist die Nummer 38 von 50. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Und was haben wir hier schon jetzt? Ihr versteht, was ich sagen möchte. Auf jeden Fall vielen Darm für diesen Hoodie. Und Grüße genauso an Suchuk. Und Paradise Clothing. Darüber ist geschickt. Verlinke euch die Sachen mal. Ist ja eh voller Werbung hier die Folge. Aber ist ja nicht nur schlimm. Vielleicht gefällt euch ja wirklich was von dem Kram. Und umso mehr feine Sachen werden dann zugeschickt. Oh yeah. Ui, ui, ui. Die haben auch. Das Medenvieh. Ja, hallo, Feiti. Ja. Ich habe übrigens auch eine Überraschung für das Medenvieh. Aber davon weiß er noch nichts. Das ist Ars. Brauchst du Kleidung? Ich brauche die Kleidung leider. Ich auch nicht. Aber ich kriegst du auf den Kram. Das ist ja Wahnsinn. Kannst du dich auf den Aufruf erinnern? Wo du gesagt hast, schickt mir Hoodies. Ach so. Und Kleidung. Als hab ich schon ein Hoodie auf dem Hals. Das sind wilde Hoodies. Das ist so ich. Dann nehme ich den. Willst du den behalten hier? Meine liebe Frau, nehm ihn bitte entgegen. Du hast immerhin die Welle ausgelöst. Schickt mir Hoodies. Ja, das ist ja so. Vielen Dank. Ein schönes Gefühl, seit Langem auch wieder Geld einzuzahlen. Ich will schon nicht. Shoutout gehen raus auf jeden Fall an dieser Stelle. an den guten Mann, der für ein sehr feines Aroma in dieser Bank zuständig ist. Ich will schon mal gucken. Ich bin da auch. Da kriegst du Hunger. Du hast mich schön beschissen. Wieso, hast du 14 Euro bezahlt? Naja. Naja. Du hast dich beschissen. Ich habe dir meine ganze Liebe mein Leben geschenkt. Licht anpassen. Jetzt kriegst du ihn zurück und wirst du ihn zurück haben. Das ist nicht schön. Ach so. Ich hab' etwas raus. Feinstes Fleisch, feinstes Lampen, feinstes Kalb. Das ist geil, 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 geil. Das gute Freibier for Future wird jetzt hier vom Medenvieh genossen. Genau. Grüß dich mal raus aus dem Use, dass du mal braust. Ach so, das Fiat Auge. Das ist dir auch kassiert. Ja, ich hab' kassiert. Das tut mir leid. Das muss aber jetzt keiner wissen, was er im Internet. Und hier gibt's wieder mal... Ich schicke mich. Ich schicke mich. Ich schicke mich. Beste Leben. Esst mehr Radieschen. Trinkt mehr Gin Tonic. Schickt mehr Hoodies. Ja. Und boxt euch nie in der Kneipe im Suf. In welcher Kneipe? Der war nicht leicht. Ah ja, stimmt das. Weil die mich nie reingelassen hat. Grüße gehen raus. Auf dem Weltfrieden. Genau. Das ist das Beste, was der Mann hat. Eins der süffigsten Biere ist je getrunken. Schmeckt doch wohl nicht in die Fleisch. Hier. Hier. Gibt's überall. Warte mal. Das wird immer dünner. Ich meine, schmeckt das Bier. Guck mal. Neben Beigemacht finde ich das haarlich. Hier gibt's das. Nur hier. Das gibt's nur in Bayern. Ich brüche. Das gibt's nur in Bayern. Wenn die das haben, müssen wir es bestellen. Ist nie gut. Also. Grüße gehen raus an den Red Cup Shop. Bitte. Mehr Freibier von Future für das Leben. Ja. Könnte ich nur sagen. Nicht. Geh weg. Ich will nicht. 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 Nicht so nahe. Geh weg. Das ist wie von Muttern. Nein. Weck das jetzt. Weck das jetzt. Weck. Weck. Ja. Noch nicht fertig. Also wenn dann noch der Hunger besteht. Warum ist denn dein Mann so geheizt? Wegen dem Auge bestimmt. Der isst schon. Das Sitzen ist schon am Tisch. Ist nie schön. Mutter, danke fürs Essen. Ich kann nur sagen, ich hab nicht schmerzt. In unserem Haushalt gibt's natürlich nicht nur Gin-Tas. Nein. Es muss Obst gegessen werden. Das haben wir uns nur geholt wegen der Birne. Das war das Weihnachtsgeschenk an die Mutter. Die Mutter sitzt übrigens auch hier. Die hat nur an beiden Augen. Blaue Augen. Deswegen wird sie nicht gezeigt heute. Hier sind Sachen passiert nicht mehr aus. Das ist nicht gut. Die Frau schlägt zurück in letzter Zeit. Das ist der Lockdown. Das ist die Gewalt. Der Lockdown. Und der Alkoholismus. So. Jetzt will ich wieder nicht wie das aufgehen. Ach Gott. Ja. Irgendwie geht das hier auf. Das ist so eine schöne Verpackung. Schönen guten Lauterbach. Ich kann nicht planen mit solchen hochwertigen Verpackungen. Schöpst du es noch oder? Wir müssen etwas anderes trinken. Oh ja. Das ist aber an und für sich eine schöne Verpackung. Wie man so lieblos diese wunderschöne Verpackung aufrufen kann. Das ist wirklich faszinierend. Das hat man keinmal geschafft. Da ist noch gar nichts drin hier, 700 Milliliter, 40, ca. 200 Gramm, die Birne. Ach, jetzt geht ein kaputt, das Ding. Achso, ich brauche mal... Ja, bitte, halt! Alles da. Die Weihnachtsdeko ist weg. Link ist in der Beschreibung, falls es das gibt. Das ist ein Klassiker, 10,000 Milliliter. Das ist ein Klassiker, 10,000 Milliliter.